Mahalo Muchachos, herzlichen Bonn Reis und gestrauschelt seien eure Nüßchen. Wir zocken heute Grenze zusammen mit Mabossa und Delta. Hallo. Hallo. Hallo, ist keiner mein Strauscheln an? Also die Versprecher hast du ungefähr jede Runde, also nein. Okay, wir nehmen wieder Bug. Ich nehme Ace, damit wir einen Breacher haben. Dann nehme ich Zero. Dann vorbei. Ja, vorbei. Ich glaube, ich werde Osa nehmen für die EMP-Net. Haben wir zweimal Random Pick? Booty, nice. Ich glaube, das ist einfacher, dann die Dings wegzukriegen, die Bandit Charges oder so. Okay, letztes Ziel. Ich muss sagen, Grenze, eigentlich einer meiner Favoriten Maps, aber ich glaube, alle Games in letzter Zeit verlieren wir auf Grenze. Deswegen lass mal gucken. Oh fuck. Bitte, don't fuck my camp. Doch, okay. Armory Lockers, passt. Sehr gut. Ich spawne schon mal West Side. West Side. Schreibt mal hier eine CCTV. Oh, wer ist denn hier? Ist das ein Mira? Als ob sie die Valkyrie Cam da oben hin macht. Ey, meine Drohne. Aber bitte, bitte sehe sie nicht. Kapkan haben sie auch. Uh, Valkyrie. Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. Ich habe nicht gescannt. Ich habe nicht gescannt. Lass meine Drohne. Ey. Los, 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 los. Zugriff. Valkyrie und CC. Distanz. Ne . Spawn Lauren picbeiten? Ne. Aber... Es ist die letzte. Cartel ist jetzt der? Ich glaube, ich geh East más rein Scooter. Okay, hier ist alles safe. Oh, der Anruf geht auf jeden Fall schon mal durch. Hier liegt die Walk. Die Walk droht. Aber einer müsste noch CC sein. Ja, Castle war noch CC. Okay, nice, der Timing, Bro. Ja, Castle hier im Ping. Der Ende war übrigens unten. Nice Timing. Muss ich euch fragen, dass ihr meine Drone geht. Jemand ist auf jeden Fall CC. Passt auf. Nein, nein, rettet mich, rettet mich. Ja, wollt ihr ihn nicht retten? Oder wollt ihr seinen Lüster nicht retten? No! Aber, Trade. Ja. Das war aber ganz, ganz merkwürdig bei mir. Der Ficker, ja. Ich dachte schon, mein R6 war abgestürzt. Einfach gefreezt. Boom, ich war tot. Also, ich weiß nicht. Der Kapkan wäre mit seinem zweiten Schuss auf meinem Kopf gewesen. Der erste war auf der Brust, aber der zweite Schuss hat sich nicht gelöst eigentlich. Mira, back in A. Hä? Hä? Also, ihr könnt glaube ich auf B planten, sonst ist es nicht. Ich glaube auch. Also, Diffuser liegt auf Office. Na, hm. Okay. Clear, clear, small room clear. Hä? Ich geh da rein. Ja, wie gesagt, der Diffuser ist bei... Wer? Wo kommt die her? Hinter dem Mira-Window dann, ne? Sie ist gerade da hingelaufen, ne? Beim Bandit auch! Beim Bandit auch! Ich hab gerade angefangen, um die Decke aufzuschließen. Bam, bam, war tot. Das war... Timing-mäßig richtig OP. Das nächste Mal brauche ich da eure Hilfe. Ich weiß nicht, können sie sich den Diffuser einfach holen? Äh, ich check mal kurz die Cams ab. Hast du Diffusers am Arsch da heilt? Das ist echt glücklich, ja. From window, from window, outside. Ist das. Okay, Rainbow hasst mich heute. Returned? Der ist gestorben und hat Spiel neu gestartet wahrscheinlich. Ja, okay. Okay, der gute Bandit, der kleine Schlawiner. Der hat mich auch oben geklatscht. Ich glaub das ist auch vielleicht der einzig Gute bei denen. Das war wieder so, so random, ey. Alter Schwede, ey. Ich drone zweimal, ja? Um auf Nummer sicher sicher zu gehen. Geh rein, sie kommt genau in den Moment reingelaufen in den Raum und holt mich. So war's mit Bandit auch. Also ich hab gedronet, aber hier war's eigentlich auch so. Ich hab gedronet, war keiner da, ich geh rein, Kapkan. Aber in der Killcam hat der Kapkan genau einen Schuss abgefeuert. Und deck ihn auf meine Brust. Danach, der zweite Schuss, da war das Visier auf meinem Head, aber der hat sich nicht gelöst. Oh, okay. Also eigentlich hätte ich ihn wählen müssen, aber er mich nicht. Wie habt ihr das gesehen, Muchachos? Gerne in die Kommentare. Was sagte ich am Anfang? Ansage 5 Kids? Oh, oh. Hallo, hallo. Also ich darf nicht mehr... Ich darf auf jeden Fall nicht mehr unten alleine sein. Das ist zu tödlich, ey. Ja, die werden jetzt unten sein, die haben wir jetzt unten gewonnen. Ist der erst reingehen? Ich möchte jetzt den Gangstumpf hier ne Drohne hinstellen. Ja, ich fahr schon mal Richtung Armory. Da werd ich jetzt wahrscheinlich nicht reingehen. Oh, da ist Lickery. Will irgendwer den Diffuser haben? Oh, shit, Bro. Freiwillige vor, hallo. Ich nicht, ich nicht, ich bitte nicht. Dann bekomme wahrscheinlich ich ihn. Ja. Oh, ich glaub, bei mir sieht das erstmal gut aus. Hab ich vorhin auch gesagt, zack, tot. So läuft der Hase. So läuft der Lachs. Nochmal kurz das Dronen. Okay, soweit ist erstmal E-Stair's Clear. Glaub ich in diesem Schwanzraum ist was. E-Stair's Clear, sagst du? Ich hab hier. Ich hab das Badezimmer aus. Auch Clear, okay. Ja, noch nicht mal die Cam da hinten weggemacht, ey. So, die ganzen Default-Cams hier im Haus werden zerstört. Pass auf, hier in Office ist einer auch Toten. Hier könnte vielleicht einer kommen. Hier, markiere. Hab ich. Hier, hier. Achso, der. Alles gut. War auch geruhten. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, ich wär das. Schade war ich nicht. Ist hier noch irgendwas in CC? Nee, okay. Okay, ich guck mal On-Side. Einer On-Side, das ist der Echo. Kann man hier auch aufmachen? Äh. Ich bin On-Side. Ich bin On-Side. 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 In Zoll. In Zoll. In Zoll. Ich geh rüber, ich geh rüber, ich geh rüber. Ja. Hier ist der Echo. Okay, blend, blend. Ah, zwei Leute, zwei Leute. Achso, achso. Ah, lol. Zwei Leute auf A. Nein, hinter uns halt. Ich bin... Ja, mach hier auf. Ist hier irgendwo noch Echo, der hier rumfährt? Eine Echo-Drohne habe ich. Ich fahr rein. Oh, hier haben wir Echo. Hier hinter. Guck, guck bitte über Zoll. Hier haben wir Echo. Hier hinter jetzt. Echo down. Die Oryx. Ich weiß nicht, wo Oryx ist. Ich schau. I'm planting. Sehr schön. Ich glaube Eastias, I guess. Eastias, ja. Sehr schön. Lecker, endlich. Da hat die Kalte ausgeschlagen. Bitch. Bitch. Endlich mal einen sauber runtergespielt hier. Ich bin on spot, Leute. Ich bin on spot. Ja, ja, ich komme. Ich dachte, die wären Archive. Leute, ich bin on spot. Oh, Leute. Ich könnte blend'n. Vor allem, ich hab schon ne Claymore geplaced. Setz mich so hinter meine Claymore und drück die ganze Zeit F. Denk so, hä, was zum Fick? Was ist hier los? Bin ich so nah an der Claymore dran? Dreh mich so rum. Ich finde keinen Spot, wo ich blend'n kann. Aber Twitch hat mir gefallen. Ich konnte richtig viele Camps zerstören. Schön objective gearbeitet hier. Objektiv. Mui, objective. Ich bin der drohend Killer, hallo? Weißt du mal nicht, was der Emin sagt, ey? Ich hab den gegen die Hütte. Der hat mir gerade das Dingskir schrien und dachte mir, boah, nee. Nicht mit mir. Oh, 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 oh. 506. Oder? Kali? Glatt-Shaber. Halt geht hier auch auf, ja? Same spot, guys, same spot. Okay, ich werd wieder einfach leichte Dings reingehen. Wo alles war. Macht Kali mit ihrem Gadget Castlewände kaputt? Ne, oder? ja doch ja also ich kann nicht sein dass ich komplett google gaben aber ich hätte ich hätte schon gedacht ja doch aber gut kann mich erinnern also diesmal haben sie einfach wenn wir den entschärfer mit er hat den gar nicht einmal rumfahren also oben ist das ist jeden fall ich glaube sehr viel schmutz sein ich bin wieder im badezimmer ja du kannst du hier oben drüber schmeißen dass ich da kann ich hab ja mal mit der welkwikern vielleicht mit der tutschkern okay wo zum brüchner rückwärter wo delt ist ja ist kein müsste oben sein und wo ja thunderbird geiert da gerade ein bisschen ich suche ich suche ich finde scheiß nicht doch und hab ihn ja habe ihn eine scheiß ist weg oh mein gott aufpassen lehnt noch eine scheiß weg ist weg leute okay deko kommen ich aim ab ich aim ab deko wir hätten übrigens durch irgendwo was breach ist da ist toll drüben wo onspot hier auf ping thunderbird hier auf jeden fall leute inspection im breach genau im breach doch nicht hinter euch leute hinter euch ist es ist es schön schön ich bin drin ich planze haben wir gut gespielt guys gut gespielt so gut wir planten ja ich markiere sie noch mal hier die kommt jetzt sagt haupe los fix sie da sie ist da in der ecke rennen durch sie ist direkt in der ecke wo ist ja bei der tür ist doch die ecke broody oh bei der tür das hätte mir geholfen okay bei der tür ist sie oder war sie ich hätte nicht gedacht dass zwei leute wirklich von easteres kommen der hat gesagt ist er tot okay aber we play it guys okay wir könnten wieder den run out machen ohne bulls let's go okay solis okay jetzt gehts los jetzt gehts los ich bin mein komponenten aim rein capcan extended barrel testen oh p90 hat das auch schnell rein ja p90 habe ich schon lange drauf direkt drauf gelachst aber erst am ende ne wisst ihr bescheid erst am ende erst am ende runterlaufen was würdet ihr sagen wenn ich da sofort am anfang schon hinlaufe und ne klauntechnitte reinschmeiße du arsch dann könnten wir die runde verlieren weil wir kriegen garantiert zwei kills broody zwei kills minimum hier nicht ich sage ich sage Delta bekommt keinen kill und Marvin stirbt nice diga nice best possible outcome ja eine drone ist weg dann jad mal Mr. Delder oh ich wollte die hier Outfit haben aber ich glaube meine capcan trap hier vorne kann ich wegnehmen wurde gerade ausgedromt okay ich komm runter mhm okay keine drohne hier unten okay sehr gut aber eine drohne in CC okay okay dann okay dann ja lass sie ruhig schießen ja da kommt auf jeden Fall was ja rapid 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 hier hoch warte hier unten was noch ein okay ich hab ihn alter lag auf dem Boden sehr schön okay okay aber hin nicht ganz so katastrophe wie ich das vorher gesagt habe aber Zero und wer vielleicht haben wir ja schon äh Ace war das ne 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 doch nicht war nicht Ace ne mein keine ahnung ich weiß nicht wer es war Zero Fox were given meinte da guckt noch mal jemand wo am Breach glaube ich okay weil ich bin am Roam Are they outside the Breach? Can you ping maybe? naja die nähen ihn hier fährt der Double Wall outside Breach ja hinterm OSA Schild hinterm OSA Schild outside Breach links davon ist ein OSA Schild nicht Pass auf Woah Ich schreibe schon wieder der Essa bei mir hier draußen irgendwo Der is nick OITT 가� zum Glück Ich meine, fette Wurstfinger. Ich komme vor mir, Junge. Den streiche ich. Zum Glück, ey. Gut, dass wir jetzt noch runtergespielt haben. Flag! Okay. Defend. Nochmal? Willst du beenden, Alter. Nochmal, ja? Ich glaube, ich spiel... Nein, auf keinen Fall. Ich bin jetzt schmutzig. Digga, Cavera, Digga, was soll der Shit, ey. Skrrr. Ich werde irgendwo bei Isdaers rumpimmeln. Wieder mit Shotgun, ey. Äh, Isdaers, bitte nicht unten. Unten bin ich nämlich. Warum? Ja, weil das mein typischer Silverspot ist, Brody. Ja, hä? Und mein typischer Gold-Platin-Spot. Mit? Ob der nicht Isdaers geht, da gehe ich hin. Oh, krass, ja. Das wird böse. Da gehört nicht Isdaers gehen, da gehe ich hin. Okay. Ich gehe auch Isdaers. Ich bin auch Isdaers. Alles klar. Wir halten Isdaers. Vielleicht kommt ja Don auch noch mit, dann haben wir nur einen On-Spot. Perfekt. Für die Herausforderung. Eigentlich auch so ein Spot, wo man oben gut verteidigen kann. Also ihr könnt einfach über den Spot verteidigen. Was haltet ihr denn davon? Gar nicht. Deswegen will ich Isdaers heute. Oh. Da machen wir mal eine Sneaky-Valkyrie-Cam an die... Oh, das sieht man echt nicht so gut, ne? Hoffen wir mal, sie ist... Sneaky genug. Eine Camera habe ich auch. Äh, ist die Hedge oben reinforced? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Glaub nicht, ne? Alle wollen oben hin, aber keiner will Hedge-Reinforcen. Ach, ich hab kein Schild hier, okay. Oder wo willst du hin? Was jetzt? Klapp kann oder Schild? Was? Was? Ach so. Ruhig, 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 ruhig. Hä? Die laufen auf jeden Fall mir vorbei. Das heißt, Richtung Isdaers könnten die gehen. Ja, Isda. Nein, warum machst du dann ne... Uff. Uff, Junge. Ich bin tot. Ich hab Angst. Wie? Ich hab mich... Ich hab mich gedronet. Ich werde auch die ganze Zeit gedronet. Können vielleicht irgendwer meine Weltkrieg-Camps checken? Ja, wie viel noch? Ach. Ja. Ich checke, ich checke. Ich weiß nicht, wo du bist. Oben, in Office. Oben hab ich aber keine Camps, ne? Nur eine. Ninety ist grad noch clear, Deko. Irgendwas ist, glaub ich, in Armory. Ja, ich auch. Ja, irgendwas ist da. Ich zieh aber noch nichts. Ne Drohne kommt zu dir. Ja, so ne Drohne ist Richtung Fountain gefahren. Fuck, ich komme nicht durch. Wir sind Gridlock Traps. Oh mein Gott. Das erschreckt der mich so. Ja, ich hör sie weiter. Sie wird ja irgendwo sein. Ja. Ja, er hat vorbeigelaufen. Toll, scheiß aus Timing. Ich geb dir Bescheid. Nein, sie ist immer noch nichts. Äh, ich geh einfach runter. Und jetzt Upstairs in Armory. Ja, beide aber, ne? Fuse und wer auch immer das noch. Beide da. Also, Fuse und Gridlock. Fuse und Gridlock. Ja, okay. Oh. Ich hab die Main Stairs. Ja, ich glaub der geht jetzt drauf. Ja, er macht nen Kill. Krass, okay. Das war ein Stuhl. War das Fuse oder? Weiß er nicht. War der Dinger killt? Das ist, glaub ich, Fuse, ja. Lass mich bitte noch einen sehen. Oh, die haben auch schon gebreached, ne? Oh, hier. Leute, David. Draußen, draußen. Springt raus hier. Der ist hier draußen. E-Stair ist draußen oder was? Nein! Ey, das war... Hätte vielleicht mein MVP-Spot sein können. Ich war gerade bei ist es unten, ne? Ficken! G-CARRIED! G-CARRIED! G-CARRIED, CAN diez! Gary, carry, carry, carry lady! Na 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 na! Oh, na 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 na! Listen to your heart. Understand to my heart. Oh yeah, das war ja mal eine schöne Runde gekommen. 57 % immer noch nicht, ey. Was ist das, ey? Einfach nein. Okay. 46 % für den Carry. beautiful back! Yeah. Nehmen wir. Drei Punkte vor Platin 3. Okay, Muchachos. Das war doch eine gediebene, suete Runde. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben schmettern. Würde uns sehr gefallen. Haut einfach in die Kommentare. Was sagt ihr zu allgemein gerade? Was sagt ihr zu allgemeinen Season? Was sagt ihr zu Rainbow Six im Allgemeinen? Was sagt ihr zu Invitationals? Habt ihr schon reingeschaut? Habt ihr noch nicht reingeschaut? Sammelt ihr die E-Sport-Packs auf Twitch in die Kommentare. Bis dahin reingehauen und bye bye. Ciao, ciao. Und ciao. Ciao, ciao.